so leute da sind wir bei einem weiteren video das zweite für heute und es ist arena content ich bin kein arena spieler geworden keine sorge aber ihr seht es oben schon da oben in der ecke das ganze hier ist werbung das bedeutet was das hat mich eingeladen auf arena mit einem account der ein wenig ein wenig geld hat ein bisschen magic zu spielen und zwar mit den neuen karten also wenn wir mal ich kenne mich auf arena super auf aus die collection gehen sehen wir wir haben hier schon dungeons and dragons karten und und davon auf jeden fall nicht zu wenige sondern wir haben fast alle dungeon and dragons karten und dementsprechend ja wir können das spielen ich bin ganz schlecht in arena sachen ich habe zwar mal let's play ganz früher ganz schlecht aber ich glaube das macht man so indem man erst mal sein deck vorstellt gucken wir uns das deck an wir spielen ein venture ich habe venture falsch geschrieben glaube ich egal wir spielen heute ein venture deck das bedeutet ich versuche so oft so schnell ich kann durch den dann zu laufen und dafür habe ich natürlich die wichtigsten karten mit nadar den drachen knight und eben den arg lich zombie übersatz dazu halt noch so ein paar sachen wie dungecrawl der immer wieder kommt shambling guest weil er einfach treasure machen kann man ist nie schlecht jack for traps ist einfach als diskader da fate reversal ist super super interessant mit baron und der der barrow wenn tschuldigung der barrowen ist der wahnsinn und ja gucken uns das einfach in action an ich habe ein paar länder drin und gucken uns das deck mal an wie die sich das für so ein server gehört sind nicht ganz so viele leute online dementsprechend kann das ein bisschen länger dauern deswegen es gibt ich mal hier zum game bildschirm so da sind wir beim nächsten 201 dieses mal das auch eine sehr keepable hand die ist ziemlich gut fangen wir mal im sinkhole an je nachdem was er turn 1 macht okay dann müssen wir nicht mit dem power kill anfangen sondern können hier anfangen auf eine ebene zu gehen und nächste runde können wir direkt den selfless paladin spielen oder wir fangen erst mal mit dem arglisch an aber der arglisch selber macht noch nicht so viel interessanterweise ich kann euch gleich mal zeigen wie die venture mechanic generell aussieht wenn ihr es noch nicht gesehen habt und das ist tatsächlich sehr 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 cool und ich bin gerade überlegen welchen dann wird schon gehen weil man 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 kann hier halt schon den dungeon sehen und alles aber ja es ist noch ein bisschen strange und hier sieht man es jetzt einfach besser wir können entweder auf tube of annihilation gehen das ist mein lieblingsdungeon weil ich hier relativ schnell durchscrolle oder wir gehen jetzt beim ersten mal diesen weg den ich gehen werde um ein bisschen value zu generieren ich will den treasure haben ich will den sky haben und vielleicht das da und ich will kathen haben das ist mir einfach zu viel weil hier muss ich fünf sechs mal durchgehen das ist ein bisschen ärgerlich ich kann hier nicht drin rum zeigen ohne dass es den kleiner wird egal nehmen wir den nehmen wir den nicht den namen ich will ein bisschen land haben manchmal so geht runter ziehen wir eine karte so dann gucken wir was unser gegner macht unser gegner hat hier grün rot mit tappen für ein grünes neuer in keeper dann wenn das spiel kommt kriegen wenn trash kriegt der ein treasure und wenn das kreaturen spiel kommt ein leben das ist auch sehr gut da hätte ich jetzt echt gerne das land gab probieren wir erstmal hiermit damit kriegen wir auf jeden fall den treasure wenn wir den treasure haben können wir danach noch mal angreifen oder wir nehmen jetzt den goblin und legen eine plus 1 plus 1 mark auf ihn drauf ich würde schon gerne den treasure für nächste runde haben für den ja doch ich nehme den treasure ich bin gierig angreifen wir an der hat ehe wachsamkeit ist 3 3 unser redner hat nur zwei wir sagen gegner verlierten leben er wird damit eh nicht angreifen unseren 3 3er und da müssen wir den auch nicht runterschrauben irgendwie ja und schlag zu was 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 da hätte ich doch minus 4-0 geben sollen ich meine das ist jetzt echt nicht schlimm weil wir halt den barrowin drin haben der halt einfach als 3 3er ins spiel kommt den dungeon ventured und wenn er angreift bringen wir eben eine kreatur mana kosten 3 oder weniger einfach zurück ins spiel das ist halt stomp stomp und den nehmen wir mit raus ok komischer innkeeper komischer innkeeper gut gut passiert wir sind hier wir sind gleich mit draw card durch wenn wir ihn spielen guck mal benannt ziehen was bist du und warum bist du so hübsch legendary creature da das ist die kopiert dass die kopiertante ok dann machen wir autopay den typen dann gehen durch den dungeon ziehen die karte hoffentlich in land kein land mist das heißt wir haben nächste runde bunch of kleinkram die wir spielen was mir nicht so sehr gefällt können hiermit einmal venturen und ihn spielen ja genau sie ist sie sehr sehr stark wenn sie angreift kann man kann sie aber kopien von dinge erstellen und das tut weh das tut richtig weh kann ich euch sagen habe ich ja schon mehrfach gesehen gerade wenn so ein 5-5 love struck beast ist alter ein land 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 ist schon was gutes dann machen wir es mal so spielen den kreate attack attack creature you control den roll ok ich kann auf den choose kann ich power kill spielen richtig richtig so dann ich muss ja noch angreifen was will ich da machen jeder spieler fährt ein leben will ich durch diesen landen gehen ich glaube ich will den den licht einfach auf dem feld behalten und hier nehmen wir dich mal ganz kurz raus weil das ist ein ziemlich harter fehler gewesen damit anzugreifen jetzt kann er sich überlegen diese beiden karten dagegen zu traden das macht den niemals und ja jetzt sind wir in einer ziemlich ziemlich guten position alleine das hat sich gerade geändert wir sind ziemlich ziemlich schlechten position jetzt den goals band das kann wehtun das kann richtig wehtun eine 6 kriegt nur ein ok das sind elf damage und ich würde sagen wir nehmen diese gute dame raus raus wir können zweimal den dungeon durchgehen wir nehmen die raus wir nehmen sie einfach wir nehmen sie einfach und schieben sie woanders hin nein wir werden bestaunt was mieses passiert gut damit auf zwölf leben wir müssen diese damit power kill umbringen weil elf schamane können wir umnieten dann würde ich sagen schmeißen mal ein paar blocker rein dann greifen wir mal mit allen dann jeder spieler verliert zwei leben wenn er nicht was diskadet wir diskaden den licht und bringen ihn mit dem mit dem clan und uhr ins spiel das ist nämlich jetzt sehr 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 nice weil dadurch nehmen wir wieder auf die hand und können den da machen seien wir opfern der kreaturen artefakt dann würde ich sagen ob wir den gucken was der andere opfert eine fakta hat er nicht mehr die opfern kann land glaube ich nicht dass er wird wahrscheinlich diesen 1 1 opfern und dann kann ich hingehen und diesen auch noch umnieten wodurch er nächste runde wirklich nur noch den goldspan hat und dann mal gucken ob er damit überlebt weil das glaube ich tatsächlich nicht dass er ja Er muss ihn blocken. Hm, was mache ich denn hier? Was haben wir denn hier? Wir haben den Chamberlain Guest, wir haben den Adventurer. Ich würde sagen, wir greifen einfach mal an und gucken, was er macht. Ich meine, wir kriegen dann 4-4 God Horror. Hm, 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 hm. Nehmen wir ihn? Ich glaube, wir nehmen ihn. Er ist, glaube ich, ganz cool mit Left Touch. Ja, der killt da, der killt da. Das habe ich mir schon gedacht. Dann würde ich sagen, geben wir unserem Gegner einen Treasure. Wir killen diesen Drachen. Und wenn schon nochmal in den Dungeon. Da würde ich sagen, wir machen... Brauchen wir ein Leben? Können wir? View Battlefield. Da. Ähm, wir... Äh, äh... Äh? Ich sag mal, wir nehmen den Leben. Neun Leben ist besser als acht Leben. Good game. Ein good game. Oh mein Gott, ein Gargadon. Ähm, Gargadon kriegt drei Leben, wenn er blockt. Wir machen nur drei Schaden. Das ist schlecht. Ähm, wir können den da droppen. Wir können den da droppen. Wir können damit angreifen. Weil er muss den so blocken. Dann kriegt er drei Leben oder eine Bestie. Wahrscheinlich die Bestie. Oder er zieht eine Karte. Er nimmt die drei Leben. Ja, kann ich verstehen. Genau. Unser Licht bleibt jetzt auf dem Feld. Was sehr, sehr nice ist, weil wir jetzt einmal durch den Dungeon durch sind. Durch den, den er haben möchte. Und, ähm, dementsprechend ist das sehr, sehr cool für uns. Schwarz. Dann ihn für den Paladin. Dann Skry 1. Äh, das möchte... Doch, das möchte ich haben. Das möchte ich haben. Auf jeden Fall möchte ich es haben. Dann Paladin. Ähm... Can't attack. Der kann ich angreifen. Dann greifen mal alle an. Dann Skry 2. Alter, das ist... Das ist so Banane. Ähm, die wollen wir nicht haben. Das ist... Das ist wirklich doof. Das ist wirklich echt zu viel, was da gerade passiert. Vor allem, wir laufen halt durch die Dungeon einfach so durch. Wir haben die ganze Zeit Pulver. Und ohne, dass wir irgendwas machen müssen, recyceln wir einfach immer wieder genau das, was wir haben. Also, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist hart. Bin ich ehrlich? Ähm. Ich wüsste jetzt nicht, wie mein Gegner hier... Ah, die hier ist... Den of... Okay, was, was? Stopp. Was machst du nochmal? Creatures, haste. Okay, mein Gegner hat aufgegeben. Ähm, also innerlich wahrscheinlich. Nehmen wir den. Nehmen wir den. Nehmen wir den Skry und gehen dann in den Angriff. Ich glaube, das ist dann over. Ja. Und jetzt triggern dann noch die ganzen Menschen. Das ist halt, das ist halt wirklich dämlich. Weil jetzt halt so viel Kram noch kommt. Wir sind durch den Dungeon durch. Damit kriegen wir den. Ich möchte gerne den da behalten. Das da. Das ist, es ist so viel. Es ist so viel. Und ich habe noch nicht mal angefangen. Mein Gegner verliert einfach. Weil er... Das Deck macht Spaß. Also es kann sein, dass ihr das Deck noch ein zweites Mal sehen werdet. Ähm, wenn ihr Spaß dran hattet. Ja, das war eine Runde. Ein Match dieses Decks. Gucken wir uns nochmal an. Genau, hier haben wir das Deck. Ähm, Snow Coat Planes. Die Snow Coats sind tatsächlich wichtig wegen Blood on the Snow, was ich zweimal drin habe, um halt das Wort mal clear zu machen. Und ansonsten haben wir hier eine Menge Venture der Dungeon Karten, die echt, echt strong sind. Das macht schon Spaß. Und, ähm, ja. Ich hoffe, ihr könnt das demnächst auch mal nachbauen. Und auch mal spielen. Ich kann es euch noch empfehlen. Ich finde es großartig. Und auch am Ende nochmal Disclaimer. Ich spiele hier auf einem gesponserten Account, wo ich alles freigespielt habe, ähm, um euch ein bisschen die Experience vorher schon mal zu zeigen und so meinen Eindruck dahin zu hinterlassen und zu erzählen und so weiter. Deswegen, danke dafür. Danke an den Besatz für die Einladung. Und, äh, wir sehen uns morgen wahrscheinlich mit einem anderen Deck und einer anderen Sache. Dementsprechend, wir sehen uns morgen. Bis dahin. All Blacksade. Ciao, ciao.